Herzlich Willkommen hier in Thüringen. Ich sammle weiter Heu, äh Stroh. Fleißig Stroh. Müssten wir jetzt mal schauen, dass wir ein bisschen Heu auf dem globalen Markt verkaufen. Futter wird noch eine Weile reichen und zur Not kann ich mir auch Mischfutter auch von der Marsch herbringen. Das heißt den Traktor, den nehmen wir gleich, durch Buschwerk durch, durch das Ahorn, Gebüsch. Da haben wir überhaupt keine Zecken eingefangen hier. Die sind ja so aktiv, in den Büschen und so. Hohes Gras, niedrige Sträucher, da sind die Zecken aktiv. Bäume eher weniger, weil die eher auf Kleintiere aus, weil die häufiger vorkommen. Den werden wir mit Outreifen einstellen. Das heißt, Drescher nicht, WLAN machen wir jetzt mal. Also heute haben wir gleich drin. Das heißt, wir müssen mal einen Kurs einfahren. Mit Hänger. Ganz grob. Wir fahren mal gucken, wir fahren mal hier lang. Und dann schauen wir, ob wir da einen Kurs eingefahren bekommen. Ich habe gerade festgestellt, ihr habt eine ältere Version. RAC4. Es gibt schon RAC5 Autodrive. Aber wie gesagt, wenn das alte funktioniert, muss man nicht sofort auf jeden neuen Zug aufsprechen. Könnte ja auch Probleme gehen. Ist ja nicht Release. Ist ja eine Testversion. Anführungszeichen. Also bin ich der Meinung, man sollte erstmal das ältere so nutzen. Wenn Neuerungen kommen, die man dann haben will, dann kann man sofort umspringen. Das wollte ich nicht machen. Zurück. Wollte ich hierher gehen. So. Wir haben ja hier den Kurs da. Den nutzen wir halt. So. Und zwar von hier vorne an. Das heißt. Wo hat er jetzt aufgezeichnet? Mittendrinne. Ja gut, das ist ungünstig. Aber egal. Das machen wir gleich. Ja. Er muss ja, ne? Irgendwie, ne? So. Hier müssen wir aufpassen, dass er bei diesem Rohr unterkommt, ne? Oh, der ist schon fertig mit dem Stroblatt fressen. So. Hier haben wir EU. Hier ist dann ein Punkt. Beladen. B. A. Ich habe einen kleinen. B. ERIKTour. Dann müssen wir, oder ich muss, an den Kursrand für die richtige Richtung, ne? Das ist einmal da. Da wollen wir nicht langen. wir wollen das im globalen markt heißt hier vorne irgendwie wo sie ran jetzt gut das hat schon mal klappt abnahm globalen markt haben wir eigentlich ja haben wir jetzt muss ich zurück und den kurs halt anschließende da hat er einfach so gestartet da fahrt man jetzt hier durch das ist mir im grunde egal weil der ist ja hier mittendrin und das ist ja recht ungünstig ein bisschen hinkommen dass wir das hinkriegen ich mache es ja nicht so oft daher muss ich jetzt ein bisschen selber überlegen den federn mache ich auch dauernd das heißt hier anfangen gehen wir ein bisschen weiter höher dass wir sehen können zack das sollte eigentlich funktionieren gut dann stellen wir ein beladen abladen globaler markt und zwar dazu werde ich mal gleich mal wenden das können wir jetzt zeug machen können wir die dinge aktivieren die aktivieren dazu drehen wir ganz kurz um und dann fahren wir eine runde mit ob er weit fahren muss ja das ist ein baum da kommt er nicht durch da hat er sich festgefahren war ja wieder mal goldig ne und das grünzeug kann ich nicht gucken wo hängt er fest am baum jetzt geht gar nicht so einfach man es nicht sehen kann so wir wollten ja eigentlich die richtung die richtung ändern dass wir da den kurs fahren können weil heu das brauche ich hier im prinzip nicht mehr in anführungszeichen weil wenn ich den umzug machen muss das nach möglichkeit alles wieder leer sein nach möglichkeit so das schenke ich ja ohne die ressourcen wieso fährt er jetzt da lang geladen heu abladen globaler markt war ja gut dann auch mal fahren jetzt bisschen durcheinander dann ist die lage gut da fertig große runde große runde oder klappt ansonsten vertraue mal drauf so die aufnahme läuft auch ganz gut die letzte auch einigermaßen kleine hockler waren bei gewesen aber wie gesagt kleine wenn er keine anzeige ist unter 15 prozent und dann ist es eigentlich okay ich hab bisschen die ressourcen reduziert 5000 mal schauen wollen mal Ball einsammeln wo ist der Lkw-Traktor den wir gleich mal entsassen mit blauem Bildschirm und weg geht mit blauem Schriftzeichen der müsste irgendwo sein wo ist er dann kann man ein bisschen nebenbei fahren lassen also hier Traktor da kann ein bisschen was tun bevor wir hier umziehen müssen die Lager leer sein wir können auch noch teilweise Silage in den BGH fahren lassen das geht auch noch da steht auch gleich mal freistellen noch später für Feld 10 und Feld 920 da noch zu tun aber da müssen wir lose glaube ich fahren hier wollen die reihe 3 von der die 4 da können wir aber noch fleißig fahren der ist noch aus ho naja gut alles Strohverletz wie gesagt in Thüringen würde ich auch von Strohbergen Fabrik aufstellen das muss ja hier auch verkauft werden das muss ja eigentlich dazu sein das geht nicht gut sonst wird das ja blöd sein ne sonst ja paar Ballen sind hier also wenn der Anne fährt hier mit Heu dann ist es gut dann klappt das auch geht bergauf hatte ich gestern auch festgestellt gehabt beim nachhause fahren Mensch denk auf da brauchst du doch ganz schön brauchst du Gas geben ne aber ich stelle mal so fest äh entweder der Motor so alt ist oder oder Diesel scheiße war zu viel Bioanteil keine keine Kraft dahinter so ein Schrott naja Bioanteil 7% in Deutschland da ist er da rein ah gucken wir gleich mal oder macht veraufsichtigen einmal sehr mal ne weil die Punkte sind meistens etwas äh so müssen wir eingreifen und zwar ah ne wie das verkehrt das für den Punkt versetzen weiß ich wieso das so macht aber gut das ist halt so ne ja das speichern mal kein Thema machen wir mal ganz kurz ja ja wie gesagt ich will mit 19 kaufen sind die 10 missionen bei 29 und 10 ist auch nicht dabei ne ne da müssen wir vielleicht über nacht kann sein dass wir nacht wenn die aufgabe kommt machen wir wieder mit düngen mal ne wenn wir düngen dürfen ne dann müssen wir es tun wir wollen ja ein volles ein feld was voll was voll ausgereizt ist ne also mit düngenstufe unkopfbekämpfung äh flügen kalk und so am besten aber wie gesagt bei missionsverlern ist das wenn die mission nicht kommt dann kommt die nicht ne kann man nicht erinnern dann ist es halt so so z und u liegen dicht zusammen das ist ungünstig aber geht schon irgendwie gut da können wir heu loswerden so ein bisschen ne dann können wir heute jetzt machen wahnsinn da können wir einen zweiten traktor nehmen und fahren lassen man kann die oder wir machen das hat das ja irgendwann egal weil stroh ist ja schon eine millionen drin ne ich glaube hier auch schon eine millionen wieder da muss man verarbeitet werden ja schaffen wir schon irgendwie ein teil verkaufen jedenfalls ein paar sachen von da hierher schicken um das geld wieder zurück zu transferieren also geht ja darum dass im prinzip beides irgendwo im gleichgewicht ist wenn dich da rangehen wir hören ja so nix ne lkw ne also tun wiederum wenn man überlegt 52 kmh ballen aufsammeln ist ja auch schon weit übertrieben ne man müsste eigentlich mit 10 kmh fahren oder mit 20 kmh oder so wie schnell die maschine ist sonst wäre es nicht machbar zeitlich gesehen so viel stroh da muss man lose sammeln ne wird es aber auch gehen so hat er nicht abgeladen werden wir gleich sehen bin ja leicht dicht bei schauen wir gleich da kommt er normalerweise hätte er abladen müssen oder hat er keine verbindung zum globalen markt mal gucken wie er so blöd fährt oder hat keine verbindung da kann sein normalerweise müsste jetzt anderen kamen auch hin aber jetzt geht's so tach muss gewaschen werden du das ist gut aus heu für den marsch so war der leer ist verkaufen länger einmal normalerweise muss man warten bis zum schluss da man mit maktima dass der preis nicht so stark fällt verkaufen fertig heu gibt es mehr geld obwohl 1800 ist auch keine kein vermögen das stroh haben wir jetzt für eine fast 2 millionen wahnsinn das ist ja was im wege das ist auch komisch da kommen wir nicht rein keine tür gut wir sind bei aufsichtigen wie gesagt man darf keine wege blockieren sonst wäre das gibt es probleme ja gut man müsste hier eigene straße anbauen oder gibt es schon gas geben so eine show das soll es auch für heute gewesen sein für die heutige folge morgen geht es weiter hier in thüringen Stroh ein bisschen heu und schauen wir da können wir irgendwas ganz kurz greifen zack also die ballen kriegt es normalerweise nicht gehoben die kleinen früher die haben wir mit der Forke bewegt aber die die großen das war nichts so du schau jetzt sei noch kurz mal tschüss und schau schönen Dank fürs reinschauen morgen geht es weiter hier in thüringen mit ja viel rum Stroh und Heu tschüss